Lebensmittel mit allen Sinnen einzuschätzen, das will gelernt sein. Diese Verkoster, besser gesagt diese Sensorik-Panelisten, sind schon lange dabei und dennoch müssen ihre Sinne stets aufs Neue geschärft, müssen Attribute wie saftig, würzig oder zäh im Vorfeld definiert werden. Es ist die Vorbereitung zur Sensorik-Testreihe am neuen Hopfenprodukt. Fleischwaren, die durch Zugabe von Hopfen-Extrakt länger haltbar sein sollen und neue Geschmacksnuancen entwickeln. Hopp-Halt heißt das Kürzel für dieses Verbundforschungsprojekt, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wurde. Wir sind bei der Halbzeit. Wir haben gerade den Halbzeitsbericht erfolgreich abgegeben und wir sehen, dass das Herbbräuch hervorragend vorangeht. Wir haben alle Planziele erreicht und darüber hinaus sind wir sehr gut vorangekommen. Wir haben die Mikrobiologie jetzt weitestgehend bearbeitet, wir haben die Sensorik weitestgehend bearbeitet, wir haben heute hier auch eine Verkostung, die sie zeigen können und wir sind sehr froh, dass wir hier Produkte entwickelt haben, zusammen mit Tornai und eben der Hochschule Neubrandenburg, die also sensorisch und auch mikrobiologisch ganz, ganz spannende Ergebnisse versprechen lassen. Das Neubrandenburger Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie ist federführend bei diesem Projekt. Erste Versuche haben gezeigt, dass die Beigabe von Hopfenextrakt in Kasslerfleisch geschmacklich die besten Ergebnisse erzielt. So bekommen die Probanden nun probengereicht. Hier jedoch ist der Hopfen noch nicht drin. Eine weitere Sinneskalibrierung, um Attribute wie Glanz, Zähigkeit oder Salzigkeit später perfekt einschätzen und artikulieren zu können. Hopfen kommt heute in Form von Bier auf die Zunge. Rot eingefärbt, damit die Farbe nicht schon Rückschlüsse auf den Geschmack zulässt. Fünf Biere- oder Bier-Limonaden-Mischungen werden gereicht. Nun sollen sich die Probanden nach unterschiedlich starken Eindrücken sortieren und ihre Ergebnisse im Computerprogramm protokollieren. Man weiß ja, Hopfen ist bitter und damit die Probanden dann später sensibel auf diese Bitternoten reagieren können, werden sie heute mit Bier trainiert, einzelne Bittereinheiten auseinanderzuhalten. Wir reichen Biere, die fast gar keinen Bitteranteil haben, bis hin zu ganz starken wie Starkbier, die ja sehr starke Bittereinheiten aufweisen. Bitterstoffe sind Fluch und Segen dieses Projekts. Sie machen das Produkt länger haltbar, in zu hohen Dosen jedoch auch ungenießbar. Nicht ganz einfach auch im Bier, die unterschiedliche Bitterkeit exakt herauszuschmecken. Manche Probanden werden hier auch auf ganz andere Art auf die Probe gestellt. So schwer ist das nicht, aber es ist eklig, weil ich kein Bier trinke. Aber sonst ist es nicht schwer. In den kommenden Sensorik-Tests kann dann auf das Bier verzichtet und sich ganz dem Kassler gewidmet werden. Im Test Kassler mit und ohne Hopfen sowie Hopfen-Kassler unterschiedlicher Reifegrade. Dann wird auch sensorisch ermittelt, ob sich sowohl Haltbarkeit als auch Geschmack harmonisch aufeinander abstimmen lassen. So, wie geht es denn? Vielen Dank.